Geht ja doch ein bisschen, ich dachte das schaffen wir in einem Video, aber wir sind ja glaube ich schon im zweiten, voraussichtlich, vielleicht noch im ersten, Ende erstes, keine Ahnung. 5 Nuller, Skate und den Brunnen, leider weiß ich auch noch gar nicht was ein 5 Nuller ist, Skate haben wir ja auch noch nicht gesammelt, versuchen wir mal erstmal Skate zusammen zu sammeln, da war kein, hä, ich hab doch vorhin einen gesehen, leider weiß ich auch nicht mehr wo alles ist, Jetzt bin ich komplett verwehrt, ich versuche es im Grund, das ist ein 50er, Knauze man, da war ein 5 Nuller, ja, nützlos, aber, ja. Könntest du auch gerne mal erstmal ausprobieren, was denn, da ist ein 5, ok, 5 Nuller gefunden, nach hinten drücken, oder? Wo heißt denn nach hinten, ne? Ja, ok. Müssen wir nur sehen, wie wir da hochkommen. Finde ich gut, wie er das gemacht hat, was er machen sollte. Finde ich gut, finde ich läuft auf jeden Fall hier im Leben. Können wir das auch nochmal einsammeln, oder? Komm. So, haben wir es auch eingesammelt. Das ist nicht das, was ich treffen sollte, ne? Ne. Das schaffst du auch nur einmal in der Runde, du. Das schaffst du nur ein einziges Mal in der Runde. Das ist so mies, ey. Das ist so mies. Es fühlt sich so scheiße an, wenn du nur eine Challenge schaffen kannst. Das fühlt sich so kacke an, dass du nur ein einziges Ding schaffst. Nur einen einzigen Versuch in zwei Minuten. Das ist scheiße. Ich hätte gerne mehr Zeit. Ich meine, jetzt gehen wir gleich da hin. So ist es ja nicht, aber. Natürlich kein Sinn drin. Aber dieses Abbremsen ist so furchtbar. Wo soll ich hier jetzt grinden? Mach doch das, was ich drücke, Mann. Das ist eine Dreieck-Taste, du Kinderficker. Mann. Warum hat er jetzt den Kreis gemacht? Hä? Warum? Hä? Ich habe keine Ahnung, wo ich den machen muss. Weiß ich nicht. Wo muss ich grinden? Ihr müsst mehr Hinweise geben. Ihr müsst mehr Hinweise in Spielen geben. Wirklich, das ist wichtig. Hinweise sind wichtig, weil sonst Frust. Ist in jedem Spiel so. Keine Hinweise? Frust. Ich weiß nicht, wo ich den Punkt finde. Ich weiß nicht, er macht es auch einfach nicht. Das Problem ist auch wirklich, er macht es nicht. Er macht es nicht. Er will es nicht. Er tut es nicht. Warum nicht? Ach man, ich hasse diese, 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 diese einmaligen Dinger hier immer. Ich weiß nicht, wo ich die Gap herbekomme. Weiß ich nicht. Ich hätte im Internet nachgucken sollen. Ohne Internet kriegst du ja hier nichts mehr scheinbar. Da. Wenn du doch diesen Scheiß befehltest. Ich werde grinden. Ich werde gleich alle anderen Tasten erstmal ausschalten. Ich weiß, ich bin voll am Nörgeln gerade, aber ich bin echt genervt davon, wenn du immer wieder in dieselbe Runde rein darfst und einfach in zwei Minuten es nicht geschissen bekommst, eine Dreieck-Taste da anstelle ich zu drücken. Der kotzt mich echt an. Ich dachte die ganze Zeit auf dem Brunnen. Irgendwie habe ich im Kopf gehabt auf dem Brunnen. So, Skate sollen wir auch noch irgendwie sammeln. Keine Ahnung, ich würde am liebsten aufhören. Weil wir haben jetzt schon eine halbe Minute da verbraucht. Ich war die ganze Zeit der Meinung, es ist da oben. Ich weiß aber auch nicht, wie du an die ganzen Stellen immer rankommst. Das ist auch immer geil. Wenn du einfach dumm blind fahren musst. Ich bin nicht schnell genug. Wir haben Geschwindigkeit voll hoch gestattet und sind nicht schnell genug. Ist auch nicht schlecht. Da lebst du auch nicht überall anders. Genau das solltest du... Genau deswegen wollte ich, dass wir... Ich weiß nicht, ob ich noch... Ich weiß nicht, ob ich wirklich irgendwie noch Motivation habe, gerade Skate zu sammeln. Im Allgemeinen. Können wir nicht lieber irgendwas anderes machen? Ich weiß aber auch nicht, ob ich Motivation habe. Hier muss auch noch... Natürlich schaffen wir das. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Gibt es Zaubertricks dafür? Gibt es einen Zauberer-Skater, der das vielleicht nur kann? Ich weiß es nicht. Ich drücke schon wieder nach hinten, aber er reagiert nicht. Süß. Süß, unnötig und süß. Ich weiß nicht... Noch weiß ich nicht, wie wir zum K kommen. Das werden wir bestimmt auch irgendwann mal herausfinden. So, nachdem ich wieder 20, 30 Mal... Nachdem wir... Nachdem wir eine ganze Folge damit zugebracht haben, Skate zu suchen, hier in diese... Weiß ich nicht, ob ich mich motivieren kann, gerade. Eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich was anderes machen. Jetzt ist es mir zu schwer, weil die Steuerung zu beschissen ist. Weil ich nicht bremsen kann in diesem Spiel. Wenn ich nicht... Einfach nicht weiß, wie ich an das Car komme. Wie zum Teufel komme ich an das Car? Warum ist das Car so versteckt? Das ist... Gut, es ist ja nicht versteckt. Es ist da, aber du kommst nicht ran. Und ich will... Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Weiß ich nicht. Ich habe keinen Plan. Für mich ist es irgendwie so, aber wir sind irgendwann dann zu schnell. Wir fahren dann gegen Wände und instant... Ach, übrigens ein Alien. Wusste ich gar nicht. Wir haben einen Alien gefunden. Wir haben das Alien hier. Gut, wir haben auf jeden Fall das Alien gefunden. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, dass es da ist, aber ist doch egal. So, hier ist auch noch ein Buchstabe. Ein A ist da hinten. Wisst ihr, was die beschissenste Technik ist? Wall Plant. Katastrophal. Ich kann euch aber auch ehrlich gesagt nicht alle Buchstaben hier sagen. Da vorne ist ein A und dann fehlt uns noch das T oder so. Ich fahre jetzt erstmal für die nächsten 30 Sekunden, dass ja auch 30 Sekunden tatsächlich dauert. Weil du hast zwei Minuten in diesem Spiel. Ich kann euch nicht sagen, wo das T ist. Da ist das T. Kacke. Jetzt sind wir nicht drin gekommen. Ich habe das T aber gefunden. Gut. Das Schlimme ist, wir müssen es jetzt nochmal wieder versuchen. Mich selbst nervt es schon. Mich selbst nervt es schon. Es ist so übel. So, wir versuchen es gleich nochmal, wie wir es gerade eben gemacht haben. Gegen Wände fahren. Anhalten, gegen Wände fahren. Anhalten, gegen Wände fahren. Um das zu bekommen, was du willst. Zitteranfall. Ich weiß nicht, warum. Warum stürzt er immer? Mach doch einfach das, was ich empfehle. Bitte. Oh Mann, ich bin echt verzweifelt. Ich bin kurz davor, hier echt das Mikrofon auszuschalten. Und wir machen das einfach ohne irgendwas. Er macht halt nicht das, was ich befehle. Weil anhalten in diesem Spiel wirklich nicht gut ist. Weil du das nämlich nicht kannst. Und ich möchte... Sind Skateboardfahrer so, die können nicht anhalten? Ist das so? Ist... Ne? Kotzkrämpfen. Ich habe so schlechte Laune hier gerade, Alter. Alter. Und das war mein allerletzter Urlaubstag. Das da. Katastrophal. Wallplan. Welcher kleiner Hoden? Welcher unsagbar kleine Hoden? Hat dieses Ding erfunden? Ehrlich. Und dieses Blöde nicht bremsen können. Das ist das Schlimmste. Nicht bremsen können. Du versuchst es. Du versuchst es und versuchst es. Aber du kannst nicht bremsen. Du kannst einfach nicht bremsen. Du kannst es in diesem Spiel nicht. Und das tut so weh. Okay. Gut, gut. Tschüss. Ist das ein Grund, warum er sich ständig dreht? Das ist Steuerung hier. Das Ganze darf ich jetzt gleich nochmal... Das hat das... Das K dauert eine Minute. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Ehrlich, sorry, aber das muss man erstmal hinbekommen. Wenn ich für jeden Buchstaben jetzt eine Minute brauchen würde. Wenn wir aber sowas von raus... Anhalten. Warum kann man diesen Spiel nicht anhalten? Das ist wirklich... Also für mich ist das ein großes Rätsel. So, jetzt müssen wir irgendwie da oben reinkommen. Ich habe noch ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber ich fahre jetzt einfach mal zum A und dann machen wir es von da auf. Liegt das an der Stellung, dass wir nicht anhalten können oder so? Ist doch eigentlich egal, oder nicht? Meiner Meinung nach egal. Aber ich habe ja auch keine Ahnung eigentlich. Oh, leckt mich fett. Endlich. Oh, jetzt ist hier auch die Tür auf. Ich wusste doch, dass man die Tür irgendwie aufmachen konnte. Jetzt haben wir aber alles, oder? Machen wir mal den Skatepark schon mal. Das Dampf ab und Hämmer auf die Tasten umschneiden. Funktioniert das wirklich? Hier ist das Alien auch ein bisschen schwierig zu bekommen. Hä? Warum? Okay, der hat gerade meinen Controller nicht mehr annähernd erkannt. Da oben ist es irgendwo. Er macht aber auch... Ich weiß nicht. Wenn ich das bei den anderen gesehen habe, die konnten richtig... Richtig spielen. Bei mir habe ich das Gefühl, kann ich nicht spielen. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht kann. Ich habe das Gefühl, dass ich dieses Spiel einfach auch nicht kann. Das ist so bitter. Da ist das Alien. Habt ihr es gesehen? Ganz kurz. Da war das Alien ganz kurz. Ich würde es gerne bekommen. Muss ich ehrlich sagen. Ich würde es gerne bekommen. Boah, ich mache jetzt hier gerade nicht für die Medaille. Ich will gerade das Alien. Ich will gerade das Alien. Das will ich mit reinkriegen. Das will ich mit reinkriegen. Ich weiß nicht, wie das geht. Warum grindet er da eigentlich? Weil er einen Wall-E macht. Mach kein Wall-E da. Wirklich. Der Befehl lautet nicht Wall-E. Dafür muss eine andere Taste... Kann ich die rausnehmen, diesen blöden Trick? Hier soll er einen machen. Da macht er keinen. Da hat er auch wieder einen gemacht. Ich weiß nicht, wie ich den mache. Ich weiß nicht, wie ich den mache, den Wall-E. Oder dieses... Wie mache ich den denn? Hä? Das ist doch gegen die Wand springen und dann Dreieck drücken. Nö. Hä? Bin ich jetzt völlig falsch? Bin ich jetzt völlig falsch? Das ist doch gegen die Wand springen und Dreieck drücken. Oder muss ich nur nach vorne drücken? Da grindet er auch nicht mehr. Da hat er gar kein Interesse mehr dran zu grinden. Nee. Auch nicht nach vorne drücken. Das Problem ist auch einfach... Zu viel... Müll liegt rum. Es liegt Müll rum da oben. Da war er wieder. Das Problem ist wirklich... Er geht instant in den Grind da oben. Ich gebe ihm gar nicht den Befehl. Oh, so kommen wir da hin. Zu dem Alien. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt gemacht habe. Hä? 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 Ich komme da einfach auch nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich muss... Wie mache ich das? Jetzt komme ich mir gerade total dumm vor. Aber es zählt ja auch nicht als Lip Trick hier. Ich kann den nicht rausnehmen. Diesen blöden Wall. Kack. Den will ich gar nicht drinnen haben. Warum ist der drinnen in diesem Spiel? Scheiße jetzt auch auf dieses Alien, weil ich kann diesen Trick nicht. Dieser Trick existiert nicht. Ich kann jetzt einfach sowas hier. Ich kann jetzt einfach sowas hier. Ich kann nicht zu viel machen. Ich kann nicht zu viel machen. Ich mache jetzt das Ding da oben, ne? Den, 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 den Champ das, ne? Verstehe ich nicht. Warum, warum dreht er sich manchmal so? Warum, wirklich, die Frage ist, warum dreht er sich manchmal so? Was ist, warum hier die Frage sind? Irgendwie bin ich irgendwie jetzt Falscher Film Warum hat er das jetzt gemacht? Habe ich ihn auch nicht befohlen Naja, wir dürfen eine verkacken Und das ist die Runde, die wir jetzt verkacken Irgendwie ist hier alles voller Stürze Ich weiß gar nicht, wie das kommt Ich drücke noch nicht mehr irgendwas Ich drücke noch nicht mehr eine Taste Der macht das von alleine, weiß ich nicht Der macht das von alleine, weiß ich nicht mehr Der macht das von alleine, weiß ich nicht mehr Was ist einer passiert? W PD Jahr? So, ich hoffe, das langt. Ja, langt. Gut. Locker. Gold. Sehr schön. Das, wie gesagt, die Aliens... Weiß ich nicht. Die sind echt tricky zu bekommen. So, Burnside. Da haben wir, glaube ich, auch nur... Das sieht auch nur noch Bronze aus. Oh Gott, das kann ich gar nicht. Mit der Switch-Stelle bekommst du mehr Punkte. Weil es schwieriger ist? Was ist das für ein Start? Warum erkennt er manchmal das X nicht? Ich glaube, weil... Ich weiß es nicht. Das ist geil, wo ich hier am besten Punkte machen kann. Ich kann jetzt mal starten. Ich glaube, weil wir am Anfang noch das eine Ding wegdrücken. Keine Ahnung, was das jetzt war. Ich kriege kaum was mit. Ich kriege hier auch kaum Punkte, hatte ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wo ich bin. Du, wo, was ist das für eine Kamera? Das war scheiße, die Runde. War eine, war eine Fick-Runde. Ich weiß aber auch nicht, wo ich hier viele Punkte kriege, ehrlich gesagt. Ich würde am liebsten grinden, aber hier kann man nicht so gut grinden, irgendwie. Überall sind immer irgendwelche Wände. Also wirklich, es ist immer irgendwo, wo du reinfährst. Ich weiß nicht, ob ich hier... Ich weiß nicht, wo ihr das lockstöchst. Okay. So, das musste jetzt aber mal lang, oder? 97, ja, das sieht... Verarschen?